Musik Musik Ich habe letzte, vor zwei Wochen habe ich geprädigt über die vier Jahreszeiten was eigentlich ein Zeichen des Wachstums ist. Und Christ sein hat was mit Wachstum zu tun, dass es nichts Statisches ist. Und Wachstum hat mit Erneuerung zu tun, mit Trennung von dem Alten zu tun, mit dem Verlassen von Alten zu tun und in dem Neuen hinein sich zu begeben. Musik Alle Blätter von letztem Jahr fallen ab, es entstehen neue Blätter. Musik Aber im Geistlichen Wachstum, was uns als Christen betrifft, hat Wachstum damit zu tun, Gott zu erleben, zu erfahren. Musik Musik Je mehr du Gott kennenlernst oder beziehungsweise erlebst desto mehr fängst du anzuwachsen in sein Bild. Seine ganzen Charakter eigenschaften das Wort Gott spricht von geistlichen Früchten fängt in uns anzuwachsen. Gott schreibt immer seine Geschichte mit Menschen und offenbart auch seine Gedanken auf den Menschen. Weil wir eben in seinem Bild erschaffen worden sind. Im Hebräer Kapitel 11 heißt das, durch Glauben war, Abraham als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an dem Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Das heißt, dass Gott mit Abraham anfängt, seine Geschichte zu schreiben. Deswegen musste Abraham seine Familie verlassen, sein Land verlassen, seine ganze Verwandtschaft verlassen, alles musste er hinter sich lassen und mit Gott gehen, irgendwo hin, wo er noch nicht wusste, wohin er hinkomme. Und er war voll abhängig von Gott. Im Neuen Testament ist es, jetzt alles in Geistliche, findet alles Geistlich statt. Das heißt, wenn du Gott erleben möchtest, muss du dich von allem, was dein Herz gebunden hat, los sagen, damit du wirklich Gott erleben kannst. Er muss alles, was du dir in dein Herz gerufen hat, und er hat sich mit dir in dein Herz gerufen, und er hat sich mit dir in dein Herz gerufen, bis du Gott erleben möchtest. Ansonsten bleibt das Statisch. Ansonsten gibt es kein Wachstum. In dieser Situation, es gibt keine Röschung und Nemaubi, und du Röschung nicht mehr. Und im Fall von Abraham sehen wir, und in dem Bild von Abraham zu sehen, Abraham musste ganz bestimmte Prozesse durchmachen. Und die Zeit des Leidens mit durchmachen. Und in den Zeiten, die Dord und Maschigkeit übernehmen. Bis zu einem Punkt, wo Gott gesagt hat, nimm dein Sohn, dein einzigen und geh und offere für mich. Und er hat Abraham nicht rumgemagert. Und Abraham nicht mit Gott zu hören. Er fing nicht an, mit Gott zu hören. Er fing nicht an, mit Gott zu hören. Sondern er war voll Gottes gewiss, dass alles, was Gott sagt, dahinter ist ein Plan. Und er hat ein Jahr lang auf ein Kind gewartet. Und mit 100 Jahren ist er Vater geworden. Und Sarah 90 Jahre ist ein Wunder. Und Gott sagt, nimm deinen einzigen, deinen einzigen Sohn und komm und offere für mich. Und Gott sagt, dass er die jene Sohn, die auf die Welt gekommen ist, ist besser für mich. Und in den Filmen werden auch Filme von der Bibel gedreht. Und da heißt, da sieht man im Grunde genommen, als würde Abraham mit Gott kämpfen und sagen, warum muss ich aufhören? Und in diesen Filmen, Abraham sovielführende, dass er mit Gott, die mit Gott verabschiedet hat, dass er mit Gott Gott verabschiedet hat. Aber das ist nicht der Fall. Aber das ist nicht der Fall. Abraham war so weit, mit seinem ganzen Herzen, dass er ganz freiwillig aus Liebe zu Gott sein Sohn opferte. Und das war der Grund, wo Gott gesagt hat, Halt! Ich weiß, dass es aus dem ganzen Herzen du mir dein Sohn opfern möchtest. Deswegen brauchst du es nicht. Aber das ist auch gleichzeitig ein Zeichen, was Gott dann eines Tages mit seinem Sohn, Jesus für uns getan hat. Und es war eine Alamkeit, die Gott, dass er selbst mit seinem Sohn diesen Sohn mit uns verabschiedet hat. Alles, was wir heute lernen müssen, bzw. das, was Gott mit uns sprechen möchte, ist, Alles, was Gott von uns akzeptiert und annimmt, muss aus dem Herzen kommen und freiwillig sein. Das ist ein Prinzip Gottes. Aber er selbst so ist. Alles, was Gott tut, ist an voller Überzeugung, aus dem ganzen Willen, was aus einer Quelle der Liebe entsteht. Amen. Im Johannes Kapitel 3, Vers 16, hat er so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, freiwillig gab, damit wir nicht gerichtet werden, sondern das ewige Leben haben. In Johannes Kapitel 3, Vers 16, sagt er, Gott, dass er so viel, 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 dass er, so viel, so viel, so viel, so viel, so viel, so viel, so viel. Es war kein Pflicht erfüllung. Er musste so etwas nicht tun. Es war so etwas mit dem Weg. auch keine Pflicht erfüllung, aber er hat zicationen, für seine Frau zu erheben. Er hat so etwas questo, weil er seine Liebe wird, er hat so gut gemacht. Er hat so eine Pflicht. Er hat so etwas, sie bekommen. Er hat so etwas davon. und er hat so etwas dazu gehört. Das ist der Gott der Vater. Wir kommen gleich natürlich auch gleich zu diesem Sohn Jesu. Alles was nicht aus Liebe ist und freiwillig ist, ist religiös. Es ist nur ein purer Gehorsam. Vielleicht auch als Angst. Angst vor Strafe, vor Hölle. Damit du eines Tages nicht gestraftet vor dem Thron Gottes. Du hast nur ein paar Rituale, um sein Herz zu bewegen, zu positiv zu bewegen. Gott sieht das. Aber es akzeptiert nicht solche Opfer. Es entspricht nicht seiner Natur. Es ist so ein Sklaver, der seinem Herrn ein Geschenk bringen möchte. Er bringt zum Beispiel seine Uhr und sagt, ich möchte dir meine Uhr schenken. Was sagt sein Herr? Er sagt, du bist Sklaver. Dein Leben gehört mir. Er sagt, du bist ein Bruder, du bist mein Mann. Du bist mein Leben. Alles was du hast gehört mir. Alles was du hast gehört mir. Das Einzige was du hast ist dein Leben und dein Leben gehört auch mir. Du kannst nicht etwas mir schenken, was in der Grunde genommen sowieso mir gehört. Es ist wichtig zu verstehen. Dann sagt der Herr zu ihm. Und ein Tag, wenn du frei bist. Und du bist kein Sklaver. Und du bist kein Sklaver. Du kannst mit deinem Besitz machen, was du willst. Und ein Tag kommt zu mir. Und du sagst, ich möchte dich Ehren, ich möchte dir eine Uhr, meine Uhr schenken. Und ich möchte dich nicht auf, meine Uhr, 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 meine Uhr. Dann nehme ich das gerne an. Und ich möchte mich mit einem Klamm-Mail, meine Uhr, meine Uhr, meine Uhr, meine Uhr. Und ich möchte dich nicht auf, meine Uhr, meine Uhr, meine Uhr, meine Uhr, meine Uhr, meine Uhr, meine Uhr. Mit dem Selbstzweck, mit dem Selbstzucht. Und ihre Erinnerung zu bekommen. Und ihre Erinnerung zu bekommen. Und die Menschen, die direkt Riespektieren und lieben. Gott sagt, diese Dinge, die man nicht respektieren kann und nicht akzeptieren kann. Weil du im Zentrum steht. Es geht um dich, es geht gar nicht um mich. Es gibt auch viele Leute, die Gott aus Pflicht gefühlen. Weil sie Gott respektieren. Oder aus Ehrfurcht zu ihm. Das ist nicht schlecht. Aber es kommt nicht aus dem Herz der Liebe und freiwillig. Aber es kommt aus einem eigenen Kraft. Die Geschichte mit Petrus. Wo er sagte, Herr, ich bin sogar bereit mit dir ins Gefängnis zu gehen, mit dir zu sterben. Und was hat Jesus gesagt? Er hat ihn zwar respektiert. Aber er hat gesagt, du wirst es nicht schaffen. Aber er hat gesagt, du wirst es nicht schaffen. Warum nicht? Weil du noch dir selbst gehörst. Du gehörst noch dir selbst. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Den Weg, den ich gehe, mit mir hinzugehen. Und wir sehen, im Grunde genommen, was für ein Todesprozess ist. Und in welchen Bereichen der Gefängnis der Gefängnis hat Petrus gewonnen. Und dann, als Jesus aufgestanden ist. Und während Jesus aufgestanden ist. Weil Petrus selbst sterb. Und dann sagt Jesus, liebst du mich. Und dann, als Jesus zu ihm, wenn du mich möchtest hast. Und dann sagt Jesus, liebst du mich. Und dann sagt Jesus, ja, ich liebe dich. Du weißt alles. Und dann sagt Jesus, ja, ich liebe dich. Du weißt alles. Und dann sagt Jesus, jetzt gehörst du dir nicht mehr selbst. Jetzt wirst du für mich sterben. Und zwar, du hast jetzt dieuld, die ich gebucht bin, du hast mich selbst gemacht. Aber jetzt geht das so. Da heisst das im Johannes 21. Du wirst deine Hände ausstrecken. Ein anderer wird dich gürtlen und hinbringen. Wo du nicht willst. Das heißt, Petrus war dann so weit, dass er wirklich ganz dann Jesus gehört und deswegen konnte er auch aus Liebe freiwillig den Dienst auch tun. Das heißt, es war dann nicht mehr Kampf, sondern ein Hingabe. Es war Tod und Aufmerksamkeit. Und er ist auch Märtyrer Tod, Tod gestorben. Alles was wir Gott opfern, wenn es nicht aus einer Quelle, aus einem Wurzel der Liebe und freiwillig geschieht, wenn Gott es nicht annehmen wird. Das heißt nicht, dass Gott straft. Aber das Werk Gottes ist da hinzuführen, dich zu dem Menschen zu machen, damit du wirklich frei von dir selbst wirst, damit deine Opfer, die du bringst, er annehmen kann. Es ist ein sehr, sehr sensibeles Thema. Viele Menschen auf an Gott, ihre Zeit, ihre Geld und Dienste sogar, aber aus einem Kaufmannischen denken. Wenn ich Jesus folge, am Ende werde ich Erfolg haben. Ich werde ein gutes Leben haben. Ich werde es gut gehen. Ich werde es gut gehen. Alles ist dann im Grunde genommen wieder auf den Menschen selbst zentriert. Gott kann das nicht akzeptieren. Wenn du Jesus folgen willst, dann hat das nicht mit Erfolg zu tun, sondern mit Charakter. Und Gott führt uns, liebe Geschwister, immer zum Kreuz. Um uns zu befreien. Von wem? Vom Teufel? Vom Teufel sind wir schon befreit. Vom Teufel sind wir von uns selbst, damit wir, wenn wir Opfer bringen, Liebe Opfer und Freiwillige Opfer bringen, damit er das annehmen kann. Gott will uns von uns freiwillig von uns, bis wir die Gürbens und die Gürbenselung auf uns zu kommen. Wenn wir uns die Gürbenselung und die Gürbenselung auf uns zu kommen, dann wird es durch die Liebe und die Gürbenselung und die Gürbenselung aus uns zu befreien. Das kann man in diesem Moment von uns zu befreien. Ich habe es sehr viel Gürbensel. Ich war das, was ich die ersten Punkte erwähnt habe von der religiösität, ich war ein religiöser Mensch. Ich habe gebetet und gefastet und gebetet und gefastet in der Gemeinde. Ich war der einzige, der in der Gemeinde, der wirklich gebetet und gefastet hat. Und die Leute wussten, sie sagten, Albert, du bist wirklich ein Mann Gottes. Und viele Leute sagten, dass ich wirklich ein Mann Gottes bin. Und ich habe gesagt, ich bin wirklich ein Mann Gottes. Und dann habe ich die Gemeinde angeguckt und dann habe ich die Gemeinde angeguckt. Und dann fing ich an, nur die negativen Seiten von den Leuten zu sehen. Und dann fing ich an, nur die negativen Seiten von den Leuten zu sehen. Später, habe ich gemerkt, Gott hat mein Herz gesehen. Er wusste, dass ich ihn will. Aber er wusste auch, dass ich wirklich in mir selbst, in meinem selbstzentrierten Leben gebunden bin. Er wusste, dass ich ein falsches Gottesbild habe. Und er wusste auch, dass ich innerlich auch verletzt war, verwundet war. Und er wusste, dass ich darunter, dass ich ein Mann von Vaterliebe erfahren habe. Und er wusste, dass ich alles tun habe, damit ich seine Liebe empfangen kann. Und er wusste, dass ich all diese Dinge machen kann, dass ich mir die Ehre der Elohe verletzen kann. Ich kann ungefähr sagen, Gott schau mich mitleidig zu. Er hat mich nicht abgelehnt. Aber er sagt, ich muss für diesen Menschen, für diesen Mann einen Weg finden, damit er wirklich zu der Erkenntnis kommt. Zu der Erkenntnis meiner Liebe, meiner Gnade kommt. Aber er sagt, ich muss für diesen Menschen, diesen Mann einen Weg finden, damit er wirklich zu der Erkenntnis kommt. Und er hat mich wirklich zu der Erkenntnis von sich selbst und von mir geholfen. Wenn er heil wird, dann wird er mich erken, er wird frei werden und die Opfer, die er bringt, er wird nicht mehr aus Pflichtbewusstsein sein, nicht aus Angst vor Straf, sondern aus Liebe und Freiwillig. Und jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Mein Wunsch ist, dass wir heute durch die Gnade Gottes, wirklich erkennen, was in uns ist, dass wir wirklich auf diese Geschichte, und diese Geschichte, was in uns ist. Und dass wir erkennen, welche Motivation wir etwas machen. Und dass wir mit dem Grund, was wir machen. Denn Jesus ist hier, um dich zu befreien. Nicht nur aus Lügen, sondern von dir selbst. Wir haben den Vater gesehen, als Jesus geboren wurde. Und dann sagt Gott Vater, das ist mein wunderbarer Sohn, an den habe ich wohlgefallen. und das ist mein Vater. Er wird mir eine Freiheit, freiwillige Offer, dankbarer Offer und Offer aus Liebe bringen. Er wird ein Körböden, ein Körböden, ein Körböden, ein Körböden, durch mein Leben und das Ziel machen. Amen. Er wird ein Körböden, das für meine Leben, die für meine Leben erhält. Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament steht, genauso spricht Jesus auch Opfergaben. Lesen wir das mal. Im Hebräer Kapitel 10 Vers 8 und 9 Amén. Hier sagt das Wort Gottes, du hast kein Wohl gefallen an diesen ganzen Opfern. Ich bin gekommen, Vater, um deinen Willen zu tun. Es ist kein Opfer, den Willen des Vaters zu tun. Pes, ey Peder, ich komme, um dir zu tun. Das ist kein Wohl gefallen, um dir zu tun. In Johannes 10, Kapitel 10, Vers 17 und 18, da heißt das, Darum liebt mich der Vater. Darum liebt mich der Vater. Weil ich mein Leben lasse. Um es wieder zu bekommen. Um es wieder zu bekommen. Niemand nimmt es von mir. Kesei er aus mir nimmiede. Sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe vollmacht es zu lassen. Ich habe vollmacht es wieder zu nehmen. Diesen Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Das heißt, Jesus hat auf diese Ehre gelebt. Er hat von Vater vollmacht bekommen. Und gesagt, du kannst machen was du möchtest. Du kannst leben dein Leben wie du möchtest. Und diese Ehreie, die Erb, die Gott haben sie deut, sich in der Welt zu verletzen. Amen. Gott hat seinen Zohne nicht gesagt und sagte, bitte, auf wieder. Wie wenn du das nicht du bist. Gott hat seinen Zohne nicht gesagt, dass ihr sagt, wenn du das nicht gesagt hast. Sie hat ihn gesagt. Du hast einen eigenen Willen, du kannst machen, was du möchtest. Und Jesus kommt hier und sagt, ich habe Vollmacht bekommen. Mein Leben nimmt mir keiner. Ich glaube nicht, dass die römische Regierung das wegnehmen wird. Ich habe Vollmacht, ich mache das ganz freiwillig aus Liebe zum Vater. Und das ist ein Opfer, das Gott annimmt. Und Jesus sagte das nicht als Sohn Gottes, sondern als Sohn des Menschen. Und diese Röe, Jesus, nicht aufgrund von Gott, sondern aufgrund von Gott, 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 Gott. In Johannes 15, 9-10 heißt das, wie der Vater... Nein, Johannes 14, 31 heißt das, damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Johannes 14, 31. Wir wollen uns auch auf Jesus fixieren. Wir wollen uns auch auf Jesus fixieren. Denn sein Opfer hat Gott vollkommen angenommen. Weil alles, was kam aus einer Herzenshaltung der Liebe und freiwillig war. Und gerade in diesen letzten Sekunden oder letzten Stunden, Jesus, wo er gelitten hat. Und man hat alles mit ihm gemacht. Und man hat sich ganz und gar hingegeben, der Menschen. Und auf sein Recht verzichtet. Und aus Liebe zum Vater. Nur wegen der Liebe zu Vater. Vater, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Und ich gebe mich diesen Menschen hin. Sie werden mich schlachten. Sie werden alles tun, was mit ihnen Ehre zu tun. Aber weil ich dich liebe. Aber weil ich dich liebe. Ich halte dein Gebot. Ich bin dein Leben freiwillig. Und ich offere mein Leben für dich. Und deswegen hat Jesus, als er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und weil der Vater gesehen hat, dieses Opfer. Das kann ich nur annehmen. Deswegen werde ich auch sein Gebet erhören. Und das ist das, was ich. Ich habe gesagt, das ist der Glauben, was ich kann. Und das ist das, was erzielt. Und das ist das, was erzielt. dass wir wirklich mal ab heute wirklich erkennen alle Dienste, die wir tun, dass wir wirklich erkennen, was für eine Motivation wir tun. Im Johannes 15.9-10 Wie der Vater mich geliebt hat, sagte Jesus, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Geboten haltet, so werdet ihr meine Liebe bleiben, wie ich die Geboten meines Vater gehalten habe und in seine Liebe bleiben. Ich hoffe, dass wir jetzt die Bibel lesen oder die Evangelien lesen, wirklich mit den Augen lesen, fokussiert auf Jesus ist. Alles, was er gemacht hat, war immer in Verbindung mit der Liebe zum Vater. Ich hoffe, dass Sie alle Zeit, wenn Sie die Bibel über die Evangelien lesen, wenn Sie die Bibel über die Evangelien lesen, wenn Sie die Bibel über die Evangelien lesen, wissen Sie, in welchen Verbindungen Sie mit dem Vater beherrscht haben. In einer rechtlichen und reinigen und transparenten Liebe ist schon der Opfer schon enthalten. Amin. Du kannst die Opfer von der Liebe nicht trennen. Wenn Sie die Opfer von der Liebe nicht trennen. Die Opfer ohne Liebe ist religiöne. 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 Es ist fleischlich. Und das geht immer auf seine eigene Ehre hinzu. Und das, was Gott in unserem Leben tun möchte, liebe Geschwister. Und deswegen kommt auch sehr viel Leid in unserem Leben zu. Leid. Gott lässt es zu. Damit du in diesen Leiden hineinkommst. In diesem Leiden, dass er dich freisetzt von dir selbst. Und dann, wenn du zu einem Punkt gekommen bist. Dass du Gott dienst. Dann wird das Frucht bringen. Und Gott wird auch deine Gebete und deine Opfer annehmen. Warum gibt es in der Gemeinde wenig Kraft Gottes zu spüren? Weil viele Gläubige viel Opfern, Zeitopfern, Geldopfern Dienste Opfern, Gaben Opfern, Gebet Opfern, alles Opfern. Aber sie haben sich nicht geoffert. Ich weiß nicht, wenn du einen Unterschied hast. Warum werden wir nach so viel Diensten und Arbeit fixiert und fertig kaputt? Und dann werden wir auch noch wütend und stressig. Warum werden wir nach so viel Diensten und Arbeit fixiert und stresig? Und dann zahnen. Und dann zahnen. Mit dieser Gemeinde kann man sowieso nichts machen. Diese Hauskreis ist sowieso gar kein Frucht. Und diese Hauskreis ist sowieso gar kein Frucht. Und anfangen an, im Grunde genommen auch zu richten. Und wir anfangen an, im Grunde genommen, dass wir wenig auch geistlich anfangen zu wachsen. Und im Grunde genommen, im Grunde genommen haben wir vieles für Gott, aber uns selbst Gott nicht gegeben haben. Deswegen sage ich nochmal, Gott erlaubt uns, dass wir auf Wege gehen, wo wir wirklich mit Schwierigkeiten, mit Problemen, mit Leidenszeiten konfrontiert werden. Und damit wir frei von uns selbst sind. Damit wir, wenn wir aufzubringen. Verst du nicht wieder? Wo Gott angeniehm ist. Gott erlöst dich. Gott erlöst dich. Er hat dich aus Schietan gelegt. Er macht dich frei. Und er sagt zu dir. Was willst du mit deinem Leben tun? Er sagt, was willst du mit deinem Leben tun? Ich sage das nochmal. Jesus durch sein Kreuz macht dich frei vom Teufel. Du wirst frei von seiner Herrschaft. Du hast keine Autorität über dein Leben mehr. Und er stellt sich frei hin und sagt dir und fragt dich, unter welcher Herrschaft möchtest du leben? Jetzt sagst du natürlich, ja, Jesu Herrschaft. Aber es gibt zwei Herrschaften. Oder ich sage das sogar Sklaven. Oder ich bin der Sklaven meines eigenen Lebens. Oder ich bin der Sklaven Gottes. Ihr habt auch richtig verstanden, Sklaven Gottes. Und Paulus spricht in seinem Dienst von sich selbst, dass er Sklaven Gottes ist, Sklaven Christi ist. Und er stellt sich in seiner Namen und in den Fällen, und er stellt sich die Sklaven und die Sklaven zu schlagen. Die Sklaven Gottes ist nichts anderes, als wenn du dich ganz und gar auf sie hingegeben hast. Die Sklaven Gottes ist nichts anderes, als wenn du dich ganz und gar auf sie hingegeben hast. Die Sklaven Gottes hat nichts mehr mit dem Sinn, dass du dich selbst komplett auf die Sklaven und auf die Sklaven schlagen hast. Es ist genau das gleiche was Jesu sich auf diese Ehr Es ist genau das gleiche, was in der Ehe stattfindet. Und wenn zwei Leute heiraten, einer ist aus dem Grunde genommen, ich lebe nicht mein Leben, sondern ich lebe für dich. Ich kann genau sagen, Nassin, ich bin dein Sklau. Aber wenn sie sagt nein, es hat mit mir nichts zu tun, es hat mit mir nichts zu tun. Ich kann nicht sagen, Nassin, weil du es nicht besagt hast, das auch nicht. Es interessiert mich nicht, was Nassin, ob sie denkt oder nicht denkt. Wenn ich Sklau Gottes bin, wenn ich mich ganz und gar hingegeben habe, und wenn ich mich ganz und gar nicht verabschiede bin, dann bin ich nicht nur ein Sklau. dann bin ich nicht nur ein Sklau. Nein, ich bin nicht nur ein Sklau. weil ich mich an ihm hingegeben habe. weil ich sein Sklau geworden bin. weil ich sein Sklau geworden bin. weil ich sage, ich habe gar keine Rechte mehr. Und ich sage, Gott, aber ich habe keine Rechte mehr. Alles, was ich habe gehört dir. Alles, was ich habe gehört dir. Wusstest du, was da entsteht? Wusstest du, was da entsteht? Ich weiß nicht, was da entsteht. Freiheit. Freiheit. Anbetung. Liebe. und Liebe. In dieser Besuchung und здесь eine große Herausforderung Ichigue, diese Ausgabe zu ihm. Diese Ausgabe zu ihm. ist das wir frei werden. Wird das Freiheit, von unseren SklauveriEM. von unseren SklauveriEM. Du weißt noch gar nicht, wie, wie du ... unter Deiner SklauveriEM leidest. Du verstehst du, dass du selbst nicht wirklich unter anderem, Es geht dir nicht gut, weil du ein Sklau bist. Wenn du ein Sklau bist, wenn du ein Sklau bist, dann gehört alles, was du hast. Dann bist du frei von dir selbst. Er trägt die ganze Verantwortung deines Lebens. Jede Minute, jede Sekunde steht unter seine Herrschaft. Und ich weiß, er wird das Beste. Und aus dieser Einstellung, wenn wir anfangen zu dienen, wenn du ein Sklau bist, dann beginnt Gott durch dich zu fließen. Weil du ein Sklau bist. Weil du nicht dir selbst gehörst. Und alles, was passiert, steht unter seiner Kontrolle. Und du wirst nicht müde. Jedenfalls geistlich nicht müde. Körperlich werden wir müde. Aber geistlich wirst du immer wieder frisch sein. Und du wirst Gottes Wunder sehen. Das ist da, wo Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Sache, die Paulus sagt, dass ich nicht nach dem, sondern dass der Messie in mir leben kann. Weil ich sein Sklau bin. Und Gott hat einen Platz gewählt. Und das ist sein Kreuz. In diesem Kreuz findet die Verwandlung statt. Amen. Ich habe neulich über Kreuz und Auferstehung nachgedacht. Und das kam mir vor, wie ein Mensch, wenn er Krebs hat, zu einer Dialyse geht. Das ist ein Bild von einem Patienten. Und dann sieht man hier, wie das Blut von diesem Körper rauskommt. und geht durch die Pumpe. Und dann geht es in diese Membrane. und dann wird das Negative ausgeschrieben. Und dann wird das Negative ausgeschrieben. ohne diese Dialyse sterben. Ohne diese Dialyse würde dieser Mensch sterben. Und das kam mir vor, als ich über das Kreuz und die Auferstehung geschah. Und das ist das Kreuz und die Auferstehung. Auf dem Kreuz ist es. Auf dem Kreuz ist es. Wo alles, was negative von uns ist, im Grunde genommen stirbt. dass es in der Falle ist, dass es in der Falle nicht die Auferstehung und die Auferstehung und die Auferstehung kommt alles Neue in uns hinein. Ohne diese Kreuz ohne die Kreuz ohne die Auferstehung. und Gottes Werk ist. Immer um uns als Kreuz zu bringen. Seine geistliche Dialyse immer wie eine Befreiung, Reinigung. Befreiung, Reinigung. Damit wir frei werden von uns selbst. Befreiung, Reinigung. Zum Schluss will ich eine Geschichte erzählen. Dass es eine wirklich wahre Geschichte ist. Im Jahr 1722 gab es ein Graf Zinsendorf Da hatte er große Ländereien, und er brauchte viele Arbeit, hat sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland geholt. Und er war gläubig. Und in seinem Hof hat er dann das Evangelium gepredigt. Und da ist eine Erweckung entstanden, ich mach das kurz. Und diese ganzen Flüchtlinge, so wie ihr seid, hat diesen ganzen Hof, diese ganze Ländereien, hat richtig so wie ein Feuer entzündet. Und dann haben sie gesagt, wir müssen anfangen zu beten für diese Welt. Das waren Flüchtlinge. Und sie fingen an, nicht nur für Deutschland zu beten, sondern eigentlich für die ganze Welt zu beten. Und sie hatten so Feuer in ihrem Herzen. Flüchtlinge, die frei geworden sind. Und 1732 wurden die ersten Missionare ausgesandt. Viele Missionare ausgesandt. Viele Brüder und Schwestern haben sich als Sklaven verkauft. damit sie nach Süd-Afrika oder in den Ländern gehen, wo die Sklaveri war. Und sie haben sie als Sklaven verkauft, damit sie in den Gesellschaften hineinkommen, wo das Evangelium noch nicht gehört worden ist. Und nach hundert Jahren sind in der ganzen Welt, 42 Missionare-Stationen weltweit entstanden. Und heute ist das einer der größten Werke. Und heute ist das einer der größten Werke. Flüchtlinge so wie ihr. Sie haben gesagt, wir müssen in die Türkei oder wir müssen nach Afrika oder wo auch immer. Und weil sie kein Geld hatten. Wie sollen wir das machen? Wie kann ich reisen? Wie komme ich nach Afrika? Wie komme ich nach Amerika? Wie komme ich nach Afrika? 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 Ja, wie komme ich nach Afrika? Was gibt es für eine Möglichkeit? Ich muss mich selbst verkaufen. Ich will mich nach Afrika. Ich komme mich nach Afrika. Du gibst mich nur Essens zu trinken. Ich gehöre dir. Du meinst dir an mich zu schrauben. Ich kann das doch vorstellen. Wer kann sowas tun? Wer kann diese Arbeit machen? Er ist jemand der Glauben des Christus. Er ist jemand der Glauben des Christus. Er ist jemand der Glauben des Christus. Und deswegen hat Gott diese Obfadie gebracht worden. Auf diesem Grund, Gott, diese Dinge, die Glauben sind, er hat Gott den Glauben. Amen. Schwestern, Mariam hat eine Anbetung, hat eine Vision gehabt. Sie wusste auch nicht, worüber ich sprechen werde. Kannst du nach vorne kommen und sprechen? Kannst du nach oben kommen? Kannst du nach vorne kommen? Als wir diese Teil gesungen haben, ich bin durstig nach dir. Ich habe so einen Fluss gesehen, dass da wirklich fließt und Gott sagte, viele sind hier, wo ihr Herzen wie eine Wüste trocken sind und gerade die Leute, die mir auch dienen und gerade auch die Leute, die wirklich auch viel dienen. Und ihre Seele war wirklich wie eine Wüste, es war trocken. Und Gott sagte, ich möchte diese Wüste wieder befeuchten. Und auch die Leute, die dann während der Anbetung nichts empfangen haben, dass sie, Gott gesagt hat, zum Schluss, nach der Predigt können sie dann empfangen. Ja, das heißt also, dass Gott möchte, dass ihr nach der Predigt eben, dass er dir dient. und dann auch diese trockene Haltung deines Lebens und der Seele wieder ganz erfrischt. Okay, feck mich an, Alon, beden wir dir ein Dua. Dann feck mich an. Ne, warte mal ganz kurz. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Pederer Samani, tashakkar minkonim, barul Kalamit. Ja, es ist wunderbar zu wissen, dass dein Wesen ein wunderbares Wesen ist. Alles, was du mit mir, mit uns tuest, kommt aus purer Liebe, freiwillig und voll aus Leiden, Leidenschaft. Und danke, Jesus, dass du uns aus vorgelebt hast. Dass du uns aus vorgelebt hast. Und danke, dass es für uns nicht unmöglich ist. Und danke, dass du hier bist. Danke auch für die Zeiten, die du uns durchträgst, auch durch diese Leiden. Und danke, dass du uns in dieser Zeit des Leidens frei machst von uns selbst. Und dass du uns in dieser Zeit des Leidens freiwillig bist. Damit du unsere Aufrag annehmen kannst, als wirklich wohlgewillig. Und dass du uns in dieser Zeit des Leidens freiwillig bist. Und dass du mit dir, Heiliger Geist, dass du kommst. Und dass du diesen Weg des Kreuzes mit dir weiterzugehen. Und dass du diesen Weg des Kreuzes mit dir weiterzugehen. Ja, es ist nicht unsere Werke, was du möchtest. Und dass du uns in dieser Zeit des Leidens freiwillig bist. Du möchtest mich. Und deswegen gabst du auch dich. So laden wir dich ein, Heiliger Geist, komm. Und komm, wie dieses Bild, diese Vision, Mariam gezeigt hast. Und dass du diese Herzen und diese Seelen, die wirklich sich vorkommen wie in der Wüste, trocken, dass du das erneuerst. Und ich lade euch ein, liebe Geschwister. Und wenn du müde bist, von deinem ganzen Diener und von dir selbst vieles gemacht hast und wenig gesehen hast. Und wenn du dich verletzt, und du hast ein paar Wüste und ein paar Wüste und ein paar Wüste, warum sein kann eine Furcht. Und wenn du ein paar Wüste und ein paar Wüste hast, warum du sie nicht verletzt hast. Und wenn du ein paar Wüste und ein paar Wüste hast, warum wirst du das? Oder diese Wege, die er mit dir geht, diese Leid, dass du es nicht akzeptierst. Wenn Gott mit dir gesprochen hat, komm nach vorne, komm nach vorne und lass diesen Strom seiner Liebe zu dir fließen. So wie gesagt wurde, möchte dich aufzifrissen. Und wenn du irgendwie mit falschen Motivation hast, dann kannst du dich aufzifrissen und sagen, Herr, zeigen wir den Weg. Wir werden einfach stille vor dem Herrn sein und vielleicht eine Musik spielen. Und wenn da Leute da sind, die sagen, ja, ich möchte wirklich Gott dir dienen. Ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und ich will dir folgen, Jesus. Ihr könnt genauso nach vorne kommen. Jesus ruft euch. Und sprich hier, wenn du hier bist, knie dich nieder oder setz dich nieder oder stehe. Aber sprich einfach, er ist hier, er steht vor dir und er möchte dir helfen. dass, ich bin so zum Reisen. Ich möchte dir gerne sagen, hast du dich, wie ich dich mit dir stehe. Wenn du das überhaupt mal erwartet, mögest dir? wirstst, dass du mit uns zu reden würdest, willst, dass du mit uns zu reden kannst. Gehe Lelue. Gehe Lelue. Gehe Lelue. Danke, Jesus. Ich danke, Jesus. Ich danke, Jesus. Ich danke, Jesus. Ich danke, Jesus. Untertitelung des ZDF, 2020